Ein weiter Weg. Leider ist er zu Ende. Jedenfalls für den Verlag. Königskinder Verlag. War das? Inzwischen gibt es ihn schon nicht mehr. Die Bücher sind noch lieferbar, aber das Verlagsprogramm wurde leider eingestellt, weil es literarisch wohl so anspruchsvoll ist und auch grafisch so anspruchsvoll ist, dass es für die meisten Leute nicht mehr interessant ist. Das ist ein echter Kulturverlust. Also für mich ist es jedenfalls todtraurig, weil alle Bücher, die in diesem Verlag erschienen sind, sind wunderbar. Es sind meistens literarische Jugendbücher, aber literarisch heißt ja nicht unbedingt, dass es nicht spannend ist. Und dieses Buch hier, ein weiter Weg, und wir sehen schon, da ist ein Pferd abgebildet, ist, finde ich, das Pferdebuch überhaupt. Und zwar geht es um einen Jungen. Wir sind in Amerika 1890 und er heißt Josef und seine Eltern und seine Geschwister und sein ganzes Zuhause ist verloren gegangen. Sie sind alle ermordet worden und er ist der Einzige, der übrig bleibt und sein Pferd, Sarah, dieses wunderbare Pferd, wird verkauft. Tja, und ohne Sarah kann Josef natürlich nicht leben. Er kann auch natürlich ohne sein Zuhause nicht leben, aber Sarah lebt. Und deshalb macht er sich auf diesen Weg, um Sarah zu suchen. Dabei erlebt er natürlich wahnsinnig spannende Abenteuer. Vor allem übrigens im zwischenmenschlichen Bereich, denn es ist immer wieder so, dass er auf Leute trifft, die ihm helfen, aber eben auch auf Leute trifft, die wirklich bösartig sind, wie eben dieser Pferdehändler. Aber, ich kann das schon mal verraten, das Ende ist so herzzerreißend wunderbar, dass man es eigentlich schon fast auch wieder kitschig nennen könnte. Und wie das geht, Literatur und ein bisschen Kitsch oder jedenfalls Herzschmerz und Rührung an der Seele, das kann dieser Autor, Dan Gemeinhardt heißt er, ein witziger Name für jemanden, der so freundlich und so liebevoll erzählen kann. Also für alle Pferdeliebhaber, für alle Liebhaber von Büchern, die man nie mehr vergisst, ein weiter Weg. Und bitte merken, Königskinder Verlag, ich werde aus dem Verlag in der nächsten Zeit noch einige Bücher vorstellen, für diese Leute, die eben nicht nur Lesefutter suchen, sondern etwas, was einen beschäftigt und man sich auseinandersetzen kann und was man, wie gesagt, nie mehr vergisst.